1973 wurde die Premiummarke Markenk gegründet. Mit einzigartigen Strickdesigns, außergewöhnlichen Prints und strahlenden Farben entwickeln wir hochwertige Kleidung für moderne Frauen. Wir haben sogar eine eigene Produktion hier am Standort. Uns ist es wichtig, Kreativität mit neuesten Technologien zu verknüpfen und dabei setzen wir stark auf Digitalisierung. Unsere 3D-Abteilung gibt es seit 2016. Seitdem nutzen wir die innovative 3D-Software CLO und haben damit die Möglichkeit, die gesamte Kollektion frühzeitig zu visualisieren. Das macht unsere Produktentwicklung deutlich effizienter. Durch die intuitive Benutzeroberfläche und die vielseitigen Features können wir das Tool abteilungsübergreifend nutzen. Das gewährleistet uns eine digitale und einheitliche Sprache im gesamten Unternehmen. Wir können uns in ganz vielen verschiedenen Formen bedienen, um eben neue Shapes und Trends auszuprobieren. Und die Live-Simulation hilft uns einfach dann dabei, schnelle Entscheidungen zu treffen und am Ende auch unseren Entwurf klarer zu kommunizieren. Stoffe und Zutaten werden von unserer Abteilung digitalisiert. Zutaten können sein Knöpfe oder Reißverschlüsse gelegen wir dann in unserer digitalen Library ab und so können die User sich die da ganz einfach in ihre Simulation beziehungsweise in ihre Entwürfe ziehen. Das Strickteam hat jetzt die Möglichkeit, neue Schakars zu entwickeln und in Tarsien zu platzieren. Außerdem kann man viele verschiedene Farbstellungen abbilden, um so dann zum perfekten Strick-Highlight zu gelangen. Durch Klo haben wir die Möglichkeit unsere Drucke schnell und visuell darzustellen und dann auf dem jeweiligen Modell die richtige Größe und Proportion festzulegen. Mit einer Simulation kann ich den Schnitt schnell überprüfen, aber auch Passformänderungen können in einer Live-Simulation visualisiert werden und somit kann ich den Schnitt schon vor der Erstellung eines Prototyp optimieren. Außerdem erleichtert es auch die Kommunikation und den Austausch mit unseren Lieberanten. Uns ist es wichtig, dass alle Mitarbeiterinnen aus den Bereichen Schnitt und Design in regelmäßigen Schulungen die Vorteile der 3D-Simulation kennenlernen, um so ihr Know-how zu vertiefen. Dadurch, dass wir so viele User haben, schaffen wir es heute, die Kollektion deutlich früher zu visualisieren. Wir im Design-Team können nicht nur das einzelne Modell besser beurteilen, wir können auch bereits im Vorfeld die Kollektion und die Outfits virtuell darstellen, noch bevor die Kollektion überhaupt physisch vorhanden ist. Und somit wird die ganze Kollektionsplanung deutlich vereinfacht. Wir verwenden die 3D-Simulationen, die in Klo entwickelt wurden in der gesamten Wertschöpfungskette, also wirklich End-to-End. Und heute setzen wir sie beispielsweise auch schon in unseren internen Anwendungen, aber auch im Onlineshop oder dem Digital Order Tool ein. Und kreative Renderings, aber auch Animationen nutzen wir tatsächlich auch für Marketingzwecke. Und besonders hier wollen wir uns natürlich zukünftig immer weiterentwickeln und das beispielsweise im Hinblick auf Digital Showrooms und vieles mehr.